moin moin meine lieben freunde willkommen zurück zu einer neuen folge hier final fantasy ich bin's andre und los geht's in unserem abenteuer wir machen gerade die aufgabe in den dienst der bruderschaft ah willkommen zurück mich hat gerade eine nachricht über den zwischenfall erreicht habe ja schon viel gutes über dich gehört aber du hast alle erwartungen übertroffen und das bereits vor der offiziellen aufnahme sozusagen zum einstand um die beiden techniker musst du dir keine sorgen mehr machen sind wohlbehalten zu galons metallwerken zurück gekehrt nachher legula zitome was hätten wir nur ohne dich gemacht bin heilfroh dass du dich für die bruderschaft der morgenlieber entschieden hast da sich die aufregung gelegt hat wenn wir dich endlich ganz offiziell aufnehmen dankeschön also noch einmal herzlich willkommen bei der bruderschaft der morgenlieber legula zitome es ist mir eine große ehre dich in unserer gesellschaft aufnehmen zu können die staatliche gesellschaft gridanias wurde gegründet um mit vereinten kräften gegen existent bedrohte gefahren für unseren stadt vorzugehen dazu gehören vor allem die prima e und die garlichen das garliche kaiserreich bei dem unterstützen wir den wiederaufbau seit der katastrophe bemühungen eigentlich durchaus erfolge aber ehrlich gesprochen sind wir noch lange nicht über den berg nichtsdestotrotz wenn wir nicht müde der weisen führung der staatsseherin an e senna den wald und seine bewohner zu beschützen dabei müssen wir alle zusammenhalten so wie die beiden eng flungenen weißen schlangen auf unserem banner ja das geht auch für euch abenteuer gemeinsam kämpfen wir für das wohl des weines ohne rücksicht auf die leihlichen belange einzelner regula zitome wie sieht es wie sieht es aus wie sieht es mit dir aus welche vorsätze hast du für dein leben als mitglied der bruder ich werde mein bestes geben ich werde weiter auf abenteuer gehen ja da kann die senna voll abenteuer sicher dafür habe ich vollständig vollstes verständnis auch als mitglied der bruderschaft bleibst du natürlich ein abenteurer ich hoffe dass sich beide rollen gegenseitig ergänzen und bereichern werden regula zitome hier miteinander nähe ich dich zum dritten novizen dem untersten rang unserer gesellschaft damit bist du offiziell in der bruderschaft der morgen wie bei aufgenommen ich denke daran dass dies eine große ehre ist aber auch verantwortung für das wohl gredanias mit sich bringt ich wünsche dir auf diesen neuen weg den du von nun an beschreiten wirst hier das ist der morgendliche groß hier ja genau ich habe ihn schon voll drauf einfach abgeguckt hallo hörst du mich ich bin's wie ein vieler ein offizier der bruderschaft hat mir in diesem moment die frohe botschaft mitgeteilt glückwunsch zu deiner aufnahme in die staatliche gesellschaft hast du zeit noch einmal kurz im sonnenwind vorbeizuschauen wir haben besuch also bis bald war das was dringendes wenn du weg musst will ich dich nicht länger aufhalten aber starte doch mal vorher noch dem erleuchteten prior holly ox einen besuch ab bestimmt kann hier noch bei etwas helfen ich bin vor sehr holly ox auftrag mein eigener kokobo muss mal gucken wo der erstmal überhaupt sich befindet aber seine aufgabe kann ich ja trotzdem ich höre bist du unermüdlich im namen gredanias im einsatz du bist wahrlich ein vorbild wie die anderen mitglieder der bruderschaft aber sag mal hast du nie das gefühl gehabt ich schnell genug an deinem zielort gelangen zu können nie das verlangen nach einem schnellen paar beine verspürt in diesem fall empfehle ich dir einen persönlichen schokobo du hast noch einen eigenen vogel erhalten nicht angesichts deiner formidablen kalente solltest du im nu einen bekommen lass mich dir erst zu dem vorzedere erzählen zunächst musst du bei der quartiermeisterin im austausch gegen staatszahler eine schokobo lizenz auf der sobald sich dies in seinem besitz befindet legt sie bei unserem an singur vor dieser wird dann sich mit geeigneten vor äh n klingt ja interessant ja das genommen okay sollen wir mal gucken wo ist denn diese Aufgabe die gerade nichts ja das war rot einer schwede wir sollten noch sollten ja noch in sonnenwind hätte ich jetzt schon kann man sagen ging ja tatsächlich schnell dass ich es vergessen und wieder geht es zum horizont willkommen neulich schätzt du wurdest von auf euch ja gar nicht mehr und dem mentor momentary schieber eingeladen wir wollen wir da war ich ja schon mal drin jetzt bräuchte es nicht mehr jub denn hier eine minute und 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 so da sind wir schon mittlerweile ist auch schon nacht geworden und 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 Willkommen zurück, Legolasitome. Bitte tritt ein. Minfilia erwartet dich. Ah, da bist du ja schon. Du lässt wirklich nichts anbrennen, wa? Der Offizier war ja ganz begeistert von dir. Das wirft natürlich auch ein gutes Licht auf unseren Bund. Gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Der Bund der Morgenröte hat Verstärkung erhalten. Nataro, bitte unsere Gäste herein. Bitte hier entlang. Hallo, sehen wir uns wieder. Lassst du dich noch an mich? Ich bin Bix. Danke für deine Hilfe neulich. Ich werde wohl eine Weile hierbleiben, also auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin, ich bin Vetsch. Das ist alles? Für die Zähne nicht auseinander? Hallo. Bix und Vetsch sind die Techniker der Skala und Metallwerke, die du neulich gerettet hast. Sie haben bei unserer Zuflucht gesucht. Wir wissen über Luftschiffe und Margitech von unschätzbarem Wert für ganz Eosea. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihren Schutz zu gewährleisten und für eine faire Verteilung des Versuchs. Der wäre dazu auch besser geeignet als der Bund der Morgenröte. Ich freue mich sehr über unsere neuen Gefährten und hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen werden. Aus Liebe zur Eosea habe ich mein Leben dem Bund der Morgenröte geweiht. Deshalb bin ich überglücklich, dass unsere eingeschworene Gemeinschaft wächst und wir somit immer mehr für Eosea tun können. Tausend Dank für deine Hilfe. Klingt ja schon mal sehr interessant, mein Lieben. So, und jetzt seid ihr am Zug. Lasst nochmal ein Like für dieses Video da und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer André. Tschüss.